Ja, vielen Dank Herr Müller für Ihre Bestellung. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Spaß mit Ihrem D-Wars Geschenke-Set. Ach, moin Leute, ihr seid auch wieder da. Ich bin's, Jan von Kunalko. Ich bin hier gerade am Kunden abfertigen, sag ich mal. Wir öffnen heute das elfte Türchen. Und dementsprechend habe ich natürlich für euch auch wieder was mitgebracht. Hier haben wir den D-Wars Single Malt Whisky aus Schottland, natürlich. Ich mache mal ganz kurz dieses Geschenke-Set auf. Hier seht ihr einmal Original D-Wars Water ist dabei und ein Messbecher. Dieses Geschenke-Set könnt ihr heute gewinnen, wenn ihr mir einfach sagt, wie schwer das ganze Geschenke-Set hier eigentlich ist. Und ja, postet das einfach mal in die Kommentare. Liked gerne das Video hier und teilt es. Und da kommt auch schon der nächste Kunde, da muss ich natürlich wieder rangehen. Bis morgen. Guten Tag, Jan von Kunalko. Wie kann ich Ihnen helfen? Und u calculn denn hier? Ja, ich bitte bin werfen. Wir haben jetzt alles in der filleden Farbe!